Dieses Video beschäftigt sich im Detail mit dem Beuth-Denkmal und schließt inhaltlich an die Videos zum Schinkelplatz und zum Teerdenkmal an. Das Denkmal entstand in Zusammenarbeit der Rauchschüler August Kiss, der die Statue entwarf, und Friedrich Drake, von dem die Reliefs stammen. Aus diesen lässt sich vieles zur Geschichte Berlins herauslesen. Der Begründer des Gewerbeinstituts und preußische Staatsmann Peter Christian Wilhelm Beuth war ab 1818 der für die Industrialisierung Preußens verantwortliche Staatsrat. Er war maßgeblich an der Wandlung Preußens von einem merkantilistischen Agrarstaat zu einem bürgerlichen Industriestaat beteiligt. Den preußischen Produzenten ebnete er den Weg vom Manufakturwesen zur konkurrenzfähigen industriellen Fertigung. Daher wird er auch gerne als Vater der preußischen Gewerbeförderung oder als Vater der preußisch-deutschen Ingenieure bezeichnet. Das etwa drei Meter hohe Standbild aus Bronze stellt den Geehrten in zeitgenössischer Bekleidung im Sonntagsrock dar. Er steht an einem Baumstumpf, den Kopf geradeaus mit gütigem Blick gerichtet. Seine rechte Hand hält eine Schriftrolle, seine linke Hand ist in erklärender Geste erhoben. Wie auch Ter steht er auf einem dreiteiligen Sockel, an dem Reliefs zu finden sind. Diese zeigen oben Allegorien sowie darunter wichtige technische Errungenschaften, Gewerbe und zahlreiche bedeuten Industrielle seiner Zeit. Auf dem Relief vorne oben sieht man die Allegorien des Handels und mit dem Merkurstab des Gewerbes, die eine Tafel hält mit der Inschrift PCW Beuth, geboren 28. Dezember 1781, gestorben 27. September 1853. Auf dem Relief links wird die Arbeit von der Wissenschaft unterwiesen. Hinten kann man sehen, wie zwei Schüler des Gewerbeinstituts von einem Genius mit der Fackel der Erleuchtung in das tätige Leben entlassen werden. Und rechts, wie die Kunst sich entschleiernd der Industrie die Hand reicht. Die Reliefs darunter sind alle zweiteilig und stellen verschiedene Gewerbe- und Lehrinstitute dar. Ich werde nur einige der dargestellten Personen namentlich erwähnen, aber einen Link in die Videobeschreibung stellen, wo sie alle verzeichnet sind. Auf dem vorderen Relief rechts sind die Hauptlehrer des Gewerbeinstituts um einen Tisch versammelt. Der linke Teil zeigt eine Weberei. Zwei Männer inspizieren den Stoff an einem Jacquard-Webstuhl, links Karl Gropius, Hersteller von Seide sowie Gold- und Silberstoffen, und rechts Wedding, Fabrikenkommissionsrat. Ein Vorarbeiter des Instituts prüft die Maschine. Ein Junge füllt unten den Federkiel mit einer neuen Feder. Auf dem nächsten Relief sieht man rechts den Gründungsdirektor der Bauakademie, Johann Albert Eitelwein, der sich zusammen mit Christian Daniel Rauch mit der Herausgabe der von Beuth initiierten Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker befasst. Karl Friedrich Schinkel zeichnet am Tisch ein Teppichmuster für das Werk. Bei den Vorbildern handelt es sich um Musterbücher mit einer umfangreichen Sammlung von Abbildungen, vorwiegend antiker Formen und Muster, die als ästhetische Orientierungshilfe für Gewerbeschulen und Produzenten und Industrielle dienen sollten. Johann Wolfgang von Goethe beobachtet das Geschehen und weist auf einen Satz aus seinem Werk Künstlers Apotheose hin. Denn die Natur ist aller Meister Meister. Sie zeigt uns erst den Geist der Geister. In der linken Hälfte ist ein Fotostudio dargestellt. Ein Mann mit den Zügen Daguerres fotografiert eine Mutter mit ihren Kindern. Im Hintergrund sind die beiden Bildhauer Drake und Kiss, die Schöpfer dieses Denkmals, zu sehen. Erst bei genauerem Hinschauen sind Finger auf der Schulter der Frau zu erkennen. Es scheint sich also um die Ehefrau von Friedrich Drake zu handeln, der er den Arm um die Schulter gelegt hat. Ich vermute mal, dass es sich um seine früh verstorbene erste Ehefrau, die sich schön erhandelt, mit der er sechs Kinder hatte. Aber bereits 1859, noch vor Aufstellung des Denkmals, war Drake eine zweite Ehe mit der Gräfin Marie von Waldeck eingegangen. Auf dem hinteren Relief ist rechts eine Druckerei dargestellt. Alexander von Humboldt betritt sie, um den frisch aus der Presse kommenden Probedruck seiner Hauptschrift Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, zu prüfen. Links ist eine Cartoon-Druckmaschine zu sehen, an der der Cartoon-Drucker Johann Friedrich Dannenberger und der Maschinenbauingenieur Johann Kaspar Hummel arbeiten, während eine Frau den Stoff prüft. Die Relief rechts stellen die Industrialisierung mit den Pionieren des modernen Maschinenbaus in Berlin dar. Auf der linken Seite ist eine Gießerei mit Johann Friedrich Ludwig Wöhler, dem Konstrukteur von Dampfmaschinen, und Julius Freund zu erkennen. Rechts ist eine Schmiede dargestellt. August Borsig, groß in der Mitte, hält ein stabartiges Schmiedestück in seinen Händen und Franz Anton E. Gels bedient das Schmiedestück mit dem Hammer. Anhand der Geschichte dieser beiden Männer lässt sich auch gut die Art, in der Beut Gewerbeförderung, Betrieb, aufzeigen. Auf Initiative Beutz hatte der preußische Staat Franz Anton E. Gels eine längere Studienreise zu englischen Maschinenbauanstalten finanziert. Nach heutigen Maßstäben kann man diese durchaus als Wirtschaftsspionage im staatlichen Auftrag bezeichnen. Übrigens unternahm Beut einige Jahre später, in Begleitung von Karl Friedrich Schinkel, selber eine ähnliche Reise in die Niederlande nach Frankreich und England. E. Gels jedenfalls erstattete nach seiner Rückkehr dem zuständigen Ministerium umfassend Bericht. Und er konnte sich mit einer Eisengießerei selbstständig machen. Die benötigten Werkzeugmaschinen wurden aus Großbritannien importiert und vom Staat bezahlt. E. Gels war der erste private Unternehmer, der sich in dem später Feuerland genannten Gebiet rund um die Chausseestraße nördlich des Oranienburger Tors ansiedelte. August Borsig kam auf Betreiben Beuts als gelernter Zimmermann von Breslau nach Berlin an die Gewerbeschule. Beut ließ die vielversprechendsten jungen Handwerker aus den Provinzen Preußens nach Berlin kommen. Borsig hat seine Ausbildung allerdings nach anderthalb Jahren und nach Meinungsverschiedenheit mit Beut wieder abgebrochen. Er wollte etwas Handfesteres lernen und absolvierte eine Maschinenbaulehre bei E. Gels. Anschließend war er dort leitend tätig, bevor er sich 1837 mit seinem eigenen Unternehmen in der Nachbarschaft selbstständig machte und zum Eisenbahnkönig Berlins aufstieg. Über die Person Beuth und sein Wirken, wie auch über seine antisemitischen Äußerungen, die zur Umbenennung der Beuth-Hochschule führten, gibt es noch wesentlich mehr zu berichten, was aber den Rahmen dieses Videos sprengen würde. Ich plane noch ein Video zur Industrialisierung in Berlin. Dort kann ich dann genauer auf ihn eingehen. Wie die anderen beiden Denkmäler erlitt das Beuth-Denkmal Kriegsschäden und wurde 1962 abgeräumt. 1999 kehrte das Denkmal an seinen angestammten Platz zurück und bis 2008 wurden die acht Reliefs nach Gipsabgüssen von den Originalen in Bronze neu gegossen und angebracht. Im nächsten Video geht es dann weiter mit dem Schinkeldenkmal.